Hallo liebe Heimwerkerfreunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe, wir montieren ein Edelstahljahr. Glaubst du, passt das? Bitte kleben, dass du Mitte riss oder Anfangs riss? Wichtig ist, dass man immer einen Assistenten hat, der das Werkstück hält. Der muss auch immer richtig gekleidet sein. Jetzt wird der Edelstahl von meinen professionellen Kollegen vorgereinigt. Wer? Also von mir. Danke. 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 . 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 So, wir haben hier einen Zweikomponentengeber von Uhu. Der ist gedacht für Edelstahl. Das mischen wir jetzt. So, liebe Freunde. Nach ca. 20 Minuten Arbeit sind wir zum Abschluss gekommen. Das Resultat, glaube ich, kann sich sehen lassen. Einfach probieren. Es wird funktionieren. . 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 Vielen Dank.